Lass mal B gehen Gefährliches B 4 vor Ort ist abgebrochen Nein, ich habe nicht, das geht weiter ich verschiebe dich da nur so fünf Zentimeter für die Ehre von allem für die Ehre von allem Yes Und eben den Elisackel Wegen den Worts, oder? Ja 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 die Tür Wieso eigentlich nicht? Ich war im Eck, ich hab keinen Schaden gemacht, die haben mich gettackt. Ja, weil ich ganz hinten stand. Wenn die zu mir gelaufen werden, werden die jetzt öffnen. Ich hab noch ein Stolz, wenn ich nicht mehr gesehen am Anfangs. Ich hab gesagt, okay, ich geh zu Cidia. Ich kam erst dazu, als wir schon weiter. Ja, aber trotzdem, ich mach doch in dem Moment keinen Schaden. Geht noch lieber euch schon direkt. Richtig. Richtig. Das war schon immer noch. Anivia, Blue? You cannot escape. Okay. Boah, das ist halt so geil, ne? Wenn ich so einen Gegner da einsperren könnte, so. Oh mein Gott. Cool, wenn das... macht sogar ein Loon, ich sperre den da einen. Sonst schieß ich meine ganzen Sachen da ran. Äh... Okay. Was? Ich dachte von dem Morgenbrot. Da steht ein Wort im Gebirge, wo der Alistar steht. Ich weiß. Haben wir Zeit für Traucher? Oh. Oh, ich weiß... Sie sind nicht aus dem Gebirge. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh! mann ich glaube die wollen mich demnächst holen nur städtisch allererst um den Charakter Vor fast zwei Jahren oder so Jetzt der kriege ich mal Oha You're gonna die Nein Nein Weil du überall ihn schlägst 5 Nun Ich 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 t so wird so nicht nur noch ein schönes Leben seit dem und dann Mh, bäh. Oh, nein, ich habe keinen Fall. das nur super der Schoko ist nicht mehr da Nocturne geht mir immer mehr auf die Nüsse. 46% Rüstungsdurchdringung. Und dazu noch 48% Rüstungsdurchdringung. Das habe ich mal gemacht im Coop. Weiß hat es so aufgeregt, weil hinter dem genau 4 Bots war. Wieder sehr gut weggeschossen. Hier kann ich zumachen und da kann ich zumachen. Hier kann ich fast zumachen. Der ... 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 Es ist ein Postal, man. Was ist da? Gebt mir Mana, gebt mir Mana Was? Was? für die Höhre von allem Oha, guck mal wie weit ich abschließen kann Aaaaaah Ich kann den ganzen Tower-Weg abschließen hier hinten, unten Wenn wir nicht angreifen, wie gewinnen wir dann? Ich brauche noch 500 Gold Ich hoffe, wir warten auf Checo, wie lange willst du denn warten, weiß denn Alistar Oha Ganz gefertig 300 Gold 350 50 das eine jetzt das sieht nach Action aus hier unten, da bleibe ich doch noch ein bisschen Sie müssten erstmal einen Busch gammeln, bis die hinter uns nachkommen Scheiße! Jo Okay Zum Glück hast du bestimmt ein Video davon Ich muss dazu schreiben, dass hier gegen 5 und so ein Scheißes Oh, ich sehe die Leute Hallo, komm, du hättest mir Arme Du hast einen Inhibitor Ihr Team hat einen Inhibitor Ich brauchte Noch ein, nicht auf den Oberen Danke You have been slain Ah, der Oberriss kaputt, aber ich weiß nicht, warum du auf den Unteren auf einmal gegangen bist Der Oberriss nicht Tower? Nein Rafa Tower Rafa Tower Ich hätt gern die kleinen Ich hätt gern die kleinen Das war ein Hit von dem Art Wandel kommt Was? Ich muss Warmuck stecken Ich muss Warmuck stecken Ich bin nicht schlagen Ich bin nicht schlagen nachher ich habe das nie ausprobiert hat mit diesen fünfmal starb des Erzengels kaufen und dann auch 100% blau mit dem Schnurr wenn ich so achtmal um den rumgewandt und dann wäre der irgendwann umgekehrt gestorben ich bin nicht da gel ich bin nicht da gel ich würde noch reingehen genug du 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 wie geil ich setze die Mauer in der Kippie so gemacht Los Leute! oben raus pushen oder? Wenn er jetzt sofort hin geht kann er doch mal schocken Ich bin das Ei! Ich bin das Ei! Das war schlecht Warst du gerade Baren alleine? Sicher? Das schaffst du nicht Hast du das auch drauf? Ja Jetzt haben wir ein Teamfight verloren und keinen Baren Yes! Zu viele Lasten So Ja Was hole ich mir jetzt noch für ein Alter? So Move to the Litches Ich hab mir jetzt was mit Lifestyle Also Ich wusste nicht Muss doch mal in Warmord stecken Naja lauf die Brenner Wie gehe ich die Wallfarze? Oder auch nicht Okay Okay Ich bin das Ich bin das Ich bin das Ich bin das sind alle bei dir die U Es ist gut, mit Wolf. Was ist das? okay das müsste es gewesen sein ich habe wieder zweieinhalbtausend Gold ich bin das Video ist Teil der Weih-Movement, eine Karriere-Path für Youtubers To learn more, visit TGN.tv